Wie oft hattet ihr schon eine Idee und habt euch gedacht, ja, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Mit Prototyping will ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr genau das tun könnt. Wie ihr eine Idee schnell und einfach umsetzen könnt, damit ihr sie dann testen könnt, damit ihr sie Freunden, Bekannten zeigen könnt, damit ihr Feedback sammeln könnt, damit ihr sie dann am Ende weiterbringen und weiterentwickeln könnt.